Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Quick-Tipp-Montags, wo ich montags immer so ein kleines bisschen Input zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung oder zum Thema Filmen für euch habe. Heute mit dem Thema JPEG-Qualität. Ihr kriegt ja immer so Fragen, was ist jetzt die richtige Qualität, wenn ich für Instagram exportiere, wenn ich dafür exportiere und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ihr macht euch da zu viel Kopf. Doch wir gehen mal ganz kurz in den technischen Part. Warum gibt es überhaupt die Qualität bei JPEG? Das folgende Thema. Wir wollen, wenn wir irgendwo hin eine Datei schicken, sei es ins Internet hochladen, sei es jemandem per E-Mail senden, sei es keine Ahnung wohin, möglichst kleine Dateien mit möglichst hoher Qualität haben. Ich brauche einem Kunden keine Photoshop-Datei schicken im Verhältnis, weil der kann damit meistens sowieso nichts anfangen. Der möchte eher so einen Datei anhangen, das er ihn auch runterladen kann. Wenn ich von einem Shooting 100 Bilder exportiere und die sind alle in Qualität 100, dann explodiert dem sein Postfach. Dementsprechend ist es ein kleines bisschen besser, die kleiner zu machen. Wann ist jetzt zu klein? Dafür müssen wir erstmal ein kleines bisschen in die Technik hinter der JPEG-Qualität schauen. Und zwar sieht man ja in Fotos normalerweise Elemente, die relativ gleichmäßig sind, die sich sehr stark wiederholen. Beispielsweise sieht man jetzt im Hintergrund, haben wir eine graue Wand, eine relativ gleichmäßige Struktur, auch die weiße Wand rechts. Da sind nicht so viele Details drin, dementsprechend braucht dieser Bereich auch nicht so viel Speicherplatz. Eigentlich. Und kann zusammengefasst werden, du brauchst ja jetzt nicht sagen, hey, jedes einzelne Pixel hier ist in dem Moment weiß und das andere ist ein kleines bisschen weniger weiß, oder sowas in der Art, sondern man kann diese Fläche zusammenfassen und kann sagen, hey, von da bis da ist halt einfach weiß, theoretisch. Das funktioniert relativ gut bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann ist es einfach zu viel, wenn ich ihm sage, hey, die komplette Wand ist weiß, dann sieht es einfach nur totgematscht aus und man verliert sehr schnell an Details. Doch wer Photoshop hat, kann sich das mal im Detail angucken, beziehungsweise auch wer andere Programme hat, aber da geht es halt leider nicht so schnell. Gut, folgendes, wir gehen jetzt hier einmal in den, Moment, das geht hier auf Datei, Exportieren, ich mache das immer über Tastenkombinationen, da haben wir es hier, Exportieren und dann für Web speichern, Legacy. Oder wer es ganz cool haben möchte, Steuerung, Shift, Alt, S oder Steuerung, Command, Alt, S. Moment, Command, Alt, Shift, S, Mac und Windows, das ist ja geile Kombi. Okay, hier kriegen wir eine Live-Vorschau angezeigt von dem Ergebnis der Qualität, das wir exportieren wollen. Aktuell ist die Qualität 80 und die Datei hat, sieht man hier links unten, 3 MB. Jetzt ist das qualitätsmäßig absolut in Ordnung, wir haben relativ viel unscharf im Hintergrund, dementsprechend macht es auch nichts, wenn hier ein bisschen was wegkomprimiert wird und ganz ehrlich, bei der Qualität sieht man das auch noch nicht. Kleine Randbemerkung, im Übrigen, Photoshop hat hier gar keine 100 Qualitätsstufen, die werden nur simuliert. Also im Endeffekt ist egal, ob ich hier 80 oder 81 einstelle, es kommt aufs Gleiche raus. Ich weiß nicht genau, wo die Grenzen hier sind, wenn ich es nochmal google, wenn ich es nochmal finde, blende ich es hier auf jeden Fall mal ein, aber es gibt keine 100 Qualitätsstufen, es gibt glaube ich 12. Okay, jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt hier auf Qualität 100 setze, rechnet er nochmal kurz, die Datei bekommt 6,5 MB, aber man sieht keinen signifikant großen Unterschied. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, wow, das Bild hat sich komplett verändert. Das heißt, wir haben die Dateigröße verdoppelt, mehr als verdoppelt, aber keine wirkliche Qualität gewonnen. Es hat keinen Mehrwert, die Datei so rauszuschicken. Gerade wenn es noch größere Auflösungen sind zum Beispiel, kann das noch extremer werden. Wenn ich es jetzt aber mal in die andere Richtung treibe, wir gehen mal hier einfach mal auf den niedrigsten Wert, haben auch einen Regler, komm, wir machen mal Qualität 0. Das heißt, die größtmögliche Komprimierung bringt hier 250 KB, ist schon mal deutlich kleiner. Wer aber genau hinguckt, sieht im Hintergrund, wir machen mal da hier den Direktvergleich, dass man es exakt sieht, sieht, dass der Hintergrund auf der linken Seite schön weich ist, schön unscharf ist, man sieht hier noch so eine leichte Maserung, ist absolut in Ordnung, und auf der rechten Seite fällt er so ein kleines bisschen auseinander. Er fängt an zu krisseln, man verliert zum Teil noch Details und sowas in der Richtung, und spätestens, wenn ich mal aufs Weiße gehe, sollte man den Unterschied definitiv sehen. Es ist wie, als wollte man, ich weiß nicht, eine neue Folge Stranger Things schauen, und das Internet macht nicht mit, oder das aktuelle YouTube-Video sieht einfach aus, wow, okay, ich hab grad keinen Empfang. Genau, das gleiche, ist exakt das gleiche Prinzip, nur in dem Moment auf Video angewandt, hier auf die Fotos. Und wie man jetzt rausfindet, was die perfekte Qualität ist, kann man selber machen. Ich bin der Meinung, Qualität 70 ist für alles ausreichend. Also, wir machen hier einfach mal vierfach draus. Das ist nämlich eine ganz gute Geschichte. Und dann mach ich hier einmal, das hier ist das Original, sieht man auch hier ganz gut. Kann man im Übrigen auch selber testen, wenn ihr das selber testen wollt. In Photoshop funktioniert das super, oder ihr exportiert euch einfach mal ein Bild in diesen Qualitätsstufen. Hier haben wir jetzt Qualität 0. Da machen wir einfach mal, komm, machen wir hier 70 draus. Das ist nämlich mein Wert, indem ich normalerweise Bilder exportiere. eine schöne Kombination aus kleinen Dateien mit 2 MB, absolut in Ordnung. Und ja, in der Qualität, wo man jetzt nicht irgendwie großen Verlust sieht. Also, was hier rechts jetzt schon total weggematscht ist, ich hoffe mal, man sieht es in der Videoaufzeichnung, hier oben ist hier links eigentlich kein großer Unterschied im Vergleich zum Original. Gut, jetzt machen wir mal die Variante noch mit 100 auf der Nummer 4. Ja, ist okay. So. Jetzt könnt ihr im Endeffekt selber sehen, ob es zwischen 100 und Original oder zwischen 70 und Original einen so signifikant großen Unterschied gibt. Eigentlich nicht. Manche Komprimierungen werden gar nicht so krass wahrgenommen. Bei manchen fällt das einfach nicht auf. Andere hingegen schon ein bisschen krasser. Das heißt, hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich sage mal so zwischen 60 und 80, je nachdem, für was man es verwendet, ist absolut in Ordnung. Ich habe einfach, ja, einen Wert zwischen 70 und 75. Ich glaube, sie kommen sowieso aufs Gleiche raus. Dem ich immer exportiere. Mache ich auch in Lightroom so. Mache ich auch in anderen Programmen so. Tatsächlich ist die Skala immer die gleiche. Entweder von 0 bis 100 oder von, ich glaube, 1 bis 12. Aber im Endeffekt läuft es immer aufs Gleiche raus, was diese JPEG-Komprimierung angeht. Und ihr kriegt auch immer wieder sehr, sehr ähnliche Ergebnisse. Manche komprimieren ein kleines bisschen anders. Ganz so 100% möchte ich da jetzt keine Garantie drauf geben. Aber das ist im Endeffekt JPEG-Qualität. Je kleiner der Wert, umso mehr wird es zusammengematscht. Je größer der Wert, umso größer ist die Datei, ohne wirklich einen Mehrwert zu liefern. Also, ganz ehrlich, zwischen rechts unten und links unten sieht man keinen Unterschied. Ich sehe keinen Unterschied. Es wäre jetzt nicht so, als würde ich sagen, wow, das Leben hat sich verändert, weil ich dem Kunden jetzt oder irgendjemandem jetzt eine 7-Megabyte-Datei schicke. Es ist im Übrigen auch in vielen Situationen komplett unsinnig. Warum sollte ich eine 7-Megabyte-Datei auf meine Webseite stellen? Warum sollte ich versuchen, das auf Instagram zu posten? Da wird es sowieso nochmal niederkomprimiert. Von daher ein bisschen vorsichtig sein. Gerade bei Instagram, gerade bei Facebook würde ich den Plattformen nicht zu viel zumuten. Je mehr sie komprimieren müssen, umso mehr machen sie auch kaputt. Wenn sie weniger komprimieren müssen, geht es eigentlich. Das heißt so, wie gesagt, 70. Damit bin ich ganz gut gefahren. Ihr könnt selber experimentieren. Testet es aus. Das ist das, wie es funktioniert. Ich sage mal, 70 funktioniert bei mir in der Porträtfotografie sehr gut. Vielleicht sagt jetzt ein Landschaftsfotograf mit sehr vielen Details im Bild, das ist mir ein kleines bisschen zu krass. Ich brauche 100. Absolut in Ordnung. Aber bitte nicht immer einfach nur auf 100 stellen, weil es heißt so, es ist die beste Qualität. Es hat nämlich auch Nachteile. Gerade, wenn man es auf Social Media postet. Gerade, wenn man es irgendwo anders verwendet. Und ja, auch gerade, weil es große Dateien macht, weil es für große Dateien sorgt, die in den meisten Fällen einfach gar nicht benötigt werden. Das war es jetzt für heute. Wenn du jetzt noch mehr zum Thema Lightroom, Photoshop, Export, Bildqualität und alle möglichen lernen möchtest, das ist alles in meinen Kursen mit drin. In dem Lightroom und in dem Photoshop-Kurs. Also unbedingt mal auschecken und wir sehen uns einfach im nächsten Video, in der nächsten Quick-Tipp-Montag-Folge, in wie auch immer. Es kommt ja regelmäßig hier Content. Einfach wieder. Ciao und bis zum nächsten Mal.